So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt haben wir schon wieder Freitag. Die Handelswoche ist schon wieder kurz vor ihrem Ende. Es ist Wahnsinn, wie schnell doch die Zeit vergeht, so rum ist das Ganze hier zu sagen. Die Woche war sehr, muss ich mal sagen, bei vielen Indizes, die wir hier immer mal so betrachten, etwas mit Abwärtsdynamik versehen. Bei Währung gab es schöne Bewegungen, also alles, was wir hier in dieser Woche auch uns angeschaut haben, hat uns doch hier und da ein paar tolle Trade-Möglichkeiten auch eröffnet. Heute gibt es auch wieder ein paar Handelsideen. Im Blog habe ich es geschrieben, ich schaue gerade nochmal rein. Euro, Schweizer Franken, US-Dollar, schwedische Krone und US-Dollar, türkische Lira habe ich heute hier auf der Uhr. Aber bevor wir da reingehen, erstmal einen schönen guten Morgen an alle, die hier auch live zuschauen. Ludger, Olaf, Ali, freue mich hier ein paar live Zuschauer zu haben. Wir können auch miteinander kommunizieren. Wer einen Wunsch hat, hat einfach hier rein damit in den Chat und dann passt das immer auch dir. Einen schönen guten Morgen, freue mich, dass du dir bei deinem vollen Terminkalender auch mal die Zeit nimmst, hier morgens bei mir mit über die Schulter zu schauen. Dann legen wir doch einfach mal los mit dem Risikohinweis. Sie wissen das, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Dann haben wir heute Freitag. Freitag ist immer so ein bisschen der Tag, wo wir uns ein, ja, Servus, Illima, fein. Ah, ist doch herrlich. Illima ist international unterwegs und kennt auch so ein bisschen die deutschen Geflogenheiten. Das ist richtig toll. Okay, zurück zum Chart bzw. zu dem, was wir in den Charts bald sehen werden. Wir gucken an den Freitagen, so auch heute, auf die Handelsideen. Wir machen den Wochenausblick der wichtigsten Nachrichten für die Folgewoche. Dann schauen wir uns mal das Bild an den großen Indizes an. Das machen wir auch jede Woche. Warum? Weil hier über die Woche gerade jetzt in dieser Phase doch einiges passieren kann und deshalb gibt es da immer wieder auch ein Update. Hier heute auf alle Fälle nehmen wir mal den DAX mit rein. Wir nehmen die US-Märkte mit rein. Also hier alles wunderbar. Elna, guten Morgen auch an meiner, an dich an dieser Stelle. Und im Know-how, ja, Know-how. Da kommt was zum Tragen, was in diesen Tagen, denke ich mal, auch extrem wichtig ist. Weil wir haben jetzt nicht so eine Phase, wo der Markt einfach anläuft und dann in eine Richtung läuft, sondern wir haben immer mal auch ein bisschen Volatilität. Und da fliegen viele einfach raus, gerade Trader, die noch nicht so zu 100% sattelfest sind in ihren Strategien. Die fangen dann immer, wenn die Positionen anfangen, gegen sie zu laufen, zu grübeln. Muss ich den Stopp jetzt woanders hinziehen? Also, da kommt dann die Psychologie ins Spiel. Aus diesem Grund habe ich den Know-how-Part heute mal diesem Thema gewidmet. Ich habe es genannt, Psychofalle, Verlustangst. Und wir schauen mal, was es da für Möglichkeiten gibt. Das ist lösbar. Ich habe es ja für mich auch gelöst und für meine Klienten, die ich hier in den Coachings auch mit betreue. Da gibt es Lösungen für. Die sind teilweise ein bisschen individuell in der Umsetzung. Aber nichtsdestotrotz, der Prozess ist durchaus machbar. Sonst würde das ja mit dem Trading nicht funktionieren. Gut. Also, schauen wir doch in die heutigen Handelsideen rein. Und da starten wir natürlich. Wir legen los mit den Tagesnachrichten. Heute ist der Tag, wo wir die Beschäftigungsinformationen aus den USA bekommen. Das heißt, wir bekommen hier um 14.30 Uhr den entsprechenden Bericht dazu. Da gibt es auch eine Trading Session hier. Das NFP Trading um, ich glaube, 14 Uhr ist es gewesen. Elena, du schaust zu. Gib mir mal kurz einen Hinweis. Ich glaube, 14 Uhr startet das NFP Trading heute hier live auch auf Tegmill. Das heißt, diese Nachrichten bekommen wir heute um 14.30 Uhr. Die können unter Umständen doch schon marktbewegend sein, weil es, was man in den letzten Tagen auch gesehen hat, dass solche Daten auch sehr sensible gelesen werden und man hier an dieser Stelle unter anderem auch, sage ich mal, Auswirkungen auf die Wirtschaft haben kann in Richtung, na, haben wir jetzt hier vielleicht einen Peak erreicht. Also, keine Ahnung. Das sind so die Sachen, die liest man so ein bisschen in den entsprechenden Foren. Wir werden auf alle Fälle sehen, was der Markt daraus macht. Ja, kann auch sein, dass wir hier ein Sell on Good News bekommen. Wir werden sehen, auf alle Fälle müssen wir um 14.30 Uhr hier die Ohren auf alle Fälle auch gespitzt halten. So, was steht heute noch an? Um 11 Uhr gibt es das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone. Wir haben heute im Laufe des Tages ab 10 Uhr noch das Treffen der Eurogruppe. Um 14.30 Uhr gibt es dann zu den Informationen aus den Beschäftigungen außerhalb der Landwirtschaft noch das Thema durchschnittliche Stundenlöhne hier mit auf der Uhr. Und heute am Abend gibt es, beziehungsweise hier am Nachmittag spricht nochmal ein FOMC-Mitglied. Und am Abend um 21.30 Uhr gibt es dann wieder den CFTC-Report, also den COT-Report für die spekulativen Netto-Positionen in Rohstoffen, Indizes und Währungsfuturen für all diejenigen, für die das interessant sein sollte. Ja, also das Ganze hier heute auf europäischer und US-Ebene. Und wie schon gesagt, wer hier noch anderes hat, der kann an dieser Stelle natürlich auch, ich zeige Ihnen das gerne nochmal, wo ich das raussuche, hier auf investing.com raufgehen. Hier, ich hole mal ganz kurz die investing.com-Seite rein. Und da können Sie beispielsweise hier bei den Nachrichten den Wirtschaftskalender aufklicken und dann beim Filter hier entsprechend anstellen, welche Länder Sie haben wollen und auch welchen Impact Sie erzielen wollen. Das heißt, Sie haben ja drei Relevanzen, Niedrig, Mittel, Hoch, das können Sie alles auswählen. Das funktioniert über diese Webseite auch sehr, sehr gut. Es gibt noch viele andere Webseiten, die das Ganze machen. Finanzen.net weiß ich oder, oder wie heißt die andere? Ach, ich komme gerade nicht auf den Namen. Anyway, ich komme gerade nicht drauf. Vielleicht fällt es mir nachher noch ein, dann können wir das Ganze hier mal noch mitmachen. So, die Elena hat geschrieben und der Alexander ist auch da. Alexander Schill, einen guten Morgen. Und ich sehe gerade, die Elena hat den Link sogar zum Webinar gepostet. Das heißt, wer von den Zuschauern hier direkt auch mitmachen möchte im Live-Webinar, klicken Sie einfach mal hier drauf oder klickt einfach mal drauf auf den entsprechenden Link. Und dann können sich jeder entsprechend auch noch anmelden. Das kann doch sehr, sehr interessant werden, was dort passiert. Okay, das also dazu. Und dann schauen wir jetzt mal in die entsprechenden Charts hinein. Also hier rauf das Teil mit dem Metatrader. Übrigens werde ich jetzt in den nächsten Tagen mich mal etwas intensiver mit dem zweiten Chart hier bei Tickmill befassen. Heißt also, ich schaue mir mal den, ich habe heute den Tag des Vergessens. Ne, tut mir leid, ich komme gerade nicht auf den Namen. Das wird auf alle Fälle Stereo-Trader. Das ist er gewesen. Es gibt so viele Handelssoftwaren und hier bei Tickmill ist der Stereo-Trader. Da kriege ich heute eine kleine Einarbeitung und dann werden wir mal sehen, dass wir ab nächster Woche hier, wenn alles passt, wenn ich das technisch und zeitig hinbekomme, mal den Trader mit reinnehmen, den Stereo-Trader, um die Chartanalyse hier ein bisschen an dieser Stelle zu machen. Und Ihnen auch mal eine Alternative zeigen zur Anwendung hier im Trading, dass wir eine zweite Plattform an dieser Stelle auch haben, die vielleicht dem einen oder anderen auch gut gefällt, wo Sie das Trading vereinfachen können. Weil das ist ja Sinn und Zweck solcher Software, die soll uns das Trading erstmal ermöglichen und im Optimalfall natürlich auch etwas vereinfachen. Also der Stereo-Trader möglicherweise, wenn alles passt, ab nächster Woche Freitag hier mit im Einsatz. So, dann gehen wir mal in die Charts hinein. Ich sagte, wir haben Euro, Schweizer Franken, US-Dollar, schwedische Krone und den US-Dollar, türkische Lira heute mit auf der Liste hier. Ich starte gerade, weil ich es da habe mit dem US-Dollar, türkische Lira. Sie sehen es, wir haben hier einen hyperbolen Trendanstieg. Also, wupp, das ist die Hyperbole hier, dieser wahnsinnige Schub nach oben. Dann gab es diese brutale Korrektur nach unten. Das war schon, das war schon also genauso schnell, wie es hochging, kann man fast sagen, ging es wieder runter. Jetzt wird das Teil hier korrigiert. Wir haben jetzt hier so ein bisschen eine Entscheidung, wie, wie geht es denn weiter? Das heißt, das hier war nachrichteninduziert durch Probleme in der Türkei. Jetzt kommt nicht so viel aus der Türkei, da hat der Markt wieder heftig abgekauft. Jetzt geht es so Stück für Stück wieder nach oben. Und jetzt hier an dieser Stelle steht so ein bisschen eine Entscheidung aus, wie es weitergeht. Das heißt, entweder das Teil hier ist einfach die Trendwiederaufnahme in Richtung dieser starken, übergeordneten Geschichte hier an dieser Stelle. Das wäre dann die Möglichkeit, dass wir dieses Korrekturmuster als Dreieck hier innerhalb dieses bestehenden, blau eingezeichneten Aufwärtstrends sehen. Der Bruch nach oben hätte dann natürlich erstmal die Chance, dass wir hier kurzfristig über ein paar Tageshochs laufen. Das sehen Sie ja hier um die 6,74, da liegen ein paar Tageshochs und dann hier diesen Hochpunkt oben bei 6,83, was ist das, eine 4,50 oben mit drüber schieben, beziehungsweise dann das nächste Hoch auf dem Weg zur 7,12, 7,09. Das wäre mal die Möglichkeit, wenn wir nach oben ausbrechen. Das heißt, wenn sich das ganze Teil hier fortsetzt. Aber wir haben hier dieses gleichschenkliche Dreieck und das bildet natürlich auch die Möglichkeit ab, dass der Markt nach unten gehen kann. Das heißt, so richtig wissen wir hier momentan noch nicht, wie es losgeht oder wo es entsprechend hingeht. Das muss uns der Markt erst noch verraten. Deswegen werfen wir hier auch mal noch einen Blick auf die Unterseite. Das heißt, ein Verlassen dieses Dreiecks nach unten nachhaltig ist. Also kurzfristig so ein kleiner Dip nach unten könnte erst einmal hier bis zu diesem Tagestief um die 6,50898 führen. Das ist hier dieses Tagestief, diese grünen Kerze, wo ich gerade mit der Maus drauf bin. Das wäre mal kurzfristiger Anlaufpunkt. Wenn es dann doch nachhaltig wird, dann ist ganz klar, dann steht hier im Fokus mal dieser Ausbruchsbereich um die 6,34, 1,57 oder etwas tiefer hier unten rein. Da könnte dieser Trend ja noch bis hier runter korrigiert werden, ohne dass er bricht bei 5,98, 5,29. Das wären mal die Dinge, die ich hier in dieser Währung momentan ein bisschen im Kopf habe, um das Ganze nach unten mit zu begleiten. Das heißt, die Entscheidung steht hier noch aus. Dynamik kann es unter Umständen in beide Richtungen geben. Dynamik nach oben wahrscheinlich dann auch, wenn wir irgendwelche politischen Nachrichten wieder bekommen aus der Türkei, im Zusammenhang mit der Türkei, die die Währung dann entsprechend weiter schwächen. Das könnte dann natürlich einen Schub nach oben auslösen in diesem Punkt. Also das hier mal als reine Idee zum US-Dollar türkische Lira. Und damit gehen wir in einen zweiten Chart. Der hängt auch mit dem US-Dollar zusammen, schaut aber ein kleines bisschen anders aus, behandelt auch ein bisschen ein Dreieck. Aber die Situation ist hier eine ganz, ganz, ganz andere. Wir haben hier einen schönen Aufwärtstrend. Wir haben hier die schöne, starke Bewegung gesehen, hier unten von diesem Tief bei 8,73, 7,4, 2. Schön nach oben hin laufend durchgelaufen, ohne großartige Zackelei, ohne großartige Durchatmer. Jetzt haben wir hier schön die Korrektur. Und diese Korrektur ist ein normales Korrekturmuster. Das heißt, nach so einem starken Kursanstieg braucht der Markt einfach immer ein bisschen Zeit, um auch mal durchzuatmen. Und dieses Durchatmen bringt uns dann in die Situation, dass wir Kursmuster sehen. Und was wir hier momentan sehen, ist halt interessant. Der Bereich hier um diesen Ausbruch bei 9,03375, also diese Stelle hier, dieses Level, was ich grün markiert habe, das dient so ein bisschen, das fungiert so ein bisschen als Boden. Da kamen bis jetzt immer die Käufer zurück. Und auf der Oberseite verdichtet sich das Ganze. Das heißt, wir gehen zwar immer früher raus aus dem Markt, sonst hätte es hier nicht diese fallenden Tiefkurse geben. Aber da es hier keinen Druck von der Unterseite gibt, dass der Markt nach unten durchschiebt, haben wir doch die Situation, dass wir hier so Stück für Stück dranlaufen und das Ganze nach oben durchbrechen können. Das heißt, wenn der Bruch hier über die Oberseite kommt, dann gibt es natürlich die gute Möglichkeit, dass sich dieser Trend fortsetzt und wieder hier oben auf die 9,24615 ranläuft und möglicherweise sogar auch nach oben drüber, wenn es die Dynamik nach oben gibt. Wir haben hier auch ein paar Tageshochs, die das Ganze überschreiten können, das heißt, oder mit untermalen können. Das heißt, hier irgendwo zwischen 9,13206 und 9,18745 liegen hier die paar Tageshochs und die können dann durchaus für Dynamik sorgen, weil wenn an diesen Stellen Kauforders liegen, dann kann das für Dynamik sorgen. Das heißt, das sorgt dann dafür, dass über diesen Punkten sozusagen Nachfrage entsteht und diese Nachfrage, die treibt dann die Kursbewegungen nach oben hin an. Auf der Unterseite, wie schon gesagt, ist der Markt momentan relativ gut abgesichert hier bei diesem Support. Wenn das Ganze bricht, ist dieses Szenario oben erst einmal hinfällig, dann könnte die Korrektur jetzt halt nicht nur deutlich über die Zeit laufen, sondern auch deutlich noch tiefer laufen. Der nächste Unterstützungsbereich wären hier dann die 8,94651. Hier sollte der Markt dann oder kann der Markt dann ranlaufen. Hier unten gibt es noch ein bisschen mehr. Wenn es ganz tief läuft, wären wir dann hier unten in diesem Bereich von 8,73, 7,42 beziehungsweise etwas tiefer noch am Tief. Dieses letzten Korrekturbereich ist hier, das wären die 8,67395, bevor es dann wieder schön hier nach oben ging. Also diese Marken haben wir im Chart. Ich persönlich präferiere in Trendrichtung zu traden und da wäre es halt schön, wenn wir die Stärke, die wir hier in diesem Markt auch sehen, Sie sehen, das war die falsche Richtung, Sie sehen ja, wo das herkam. Also wir haben hier seit dem Tief im Februar einen sehr, sehr schönen, stabil und stark etablierten Aufwärtstrend und das ist das Interessante, was wir hier an dieser Stelle sehen können. Wenn wir uns das Ganze auch in der Woche mal anschauen, wir haben nach oben hin dann auch noch ein kleines bisschen Luft. Sehen Sie, wir haben bis hier oben hin, da war mal das Hoch, wo war das Hoch? Auch in 2016 war das Hoch hier gewesen bei ungefähr 9,45224. Also wir haben da durchaus noch ein bisschen Potenzial nach oben hin, wenn man mal dieses Hoch betrifft. Das ist also schon eine interessante Geschichte, die hier ist und die bei positiver Dynamik weiterhin auch nach oben laufen kann. Das hier zum Währungspaar US-Dollar, schwedische Krone. Und dann gucken wir uns jetzt noch den Euro-Schweizer-Franken an. Das war ja auch spannend zu sehen. Ich kann mich noch erinnern, wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit miteinander darüber gesprochen, hier oben diese Marke von 1,20, dass wir da schön ran gelaufen konnten. Da sehen Sie mal, wie schön die Märkte auch funktionieren, wie schön die Trendtechnik auch funktioniert, dass man sowas mal sehen kann. Hier oben gab es ja diese Information der Schweizer Notenbank, dass sie die Währung nicht mehr stürzen. Bam, hat es nach unten geknallt. Und dann hat sich der Markt über die Zeit schön wieder nach oben gearbeitet. Also fein bis oben sogar ran gelaufen, wieder an die Marke von 1,20. Und seitdem ist der Markt hier wieder in den Bären-Modus übergegangen. Und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal mit der Brille der Bären auch an. Ich zoome den Chart mal wieder rein. Wir haben jetzt hier in diesem Chart an sich zwei wichtige Marken liegen. Wir haben zum einen hier die Marke von diesem Bereich hier, diesen Schwankungsbereich von 1,12, 5, 7, 9. Das ist jetzt sozusagen eigentlich ein roter Bereich. Aber ich habe diese Marke jetzt mal in einem leichten Grünton miteinander markiert, weil wir hier immer wieder diesen Pendelbereich sozusagen gehabt hatten. Wo der Markt dran gelaufen ist, wieder drüber. Und Sie sehen, was Sie hier für eine Dynamik bekommen nach unten. Da ist der Druck schon immens da, dass wir hier die Chance haben, auch definitiv in die unteren Bereiche reinzulaufen. Sehen Sie hier, ich hatte das ja markiert, die 1,12, 2, 8, 3. Das ist so ein Bereich, wenn der hier entsprechend auch unterschritten wird. Das war das Tief, was wir hier gehabt haben vom 31.8. Da sind wir nach dieser Korrektur wups brutal drunter gelaufen. Das heißt, der gestrige Tag hat hier komplett nach unten geschoben. Wir hatten hier keine tiefe Korrektur, wie das vorher der Fall auch immer mal gewesen ist, wo der Markt doch etwas länger korrigiert hat nach oben hin. Das heißt, das ist schon eine starke Schwäche, die wir hier haben. Und diese Schwäche, die kann uns jetzt natürlich, wenn sie beibehalten bleibt, in die tieferen Zonen führen. Und die nächste Anlaufzone hier ist, ich gehe mal ganz kurz in den Wochenchart, damit wir das Ganze etwas besser sehen. Die nächste Anlaufzone ist, schauen Sie, wir haben hier unten in diesem Bereich diese Dips, die wir hier hatten im Wochenbereich, die wir sehen. Da ist es jetzt durchgelaufen. Und das Nächste, was wir hier sehen, ist im Wochenbereich dieser Markt, wo wir hier den Ausbruch über diesen hoch hatten. Da gab es noch mal eine kurze Korrektur. Das schauen wir uns kurz mal hier an. Und zwar mit Minus. Hier hat der Markt so ein bisschen rumgetingelt, bevor er dann doch deutlich nach oben angestiegen ist. Und das ist so ein Support-Level, da kann der Markt durchaus hinlaufen. Und da haben wir halt viel, viel Platz nach unten. Der nächste Anlaufpunkt wäre dann an dieser Stelle mal, den man so ins Auge fassen könnte, hier das Tief, dieses Tages-Tief vom 27.07. Das könnte unter Umständen ein Zwischenbereich sein, wo der Markt auch abprallt und dann mal wieder ein bisschen Korrektur macht, bevor er hier das Risiko bzw. den Weg Richtung 1, 10, 5, 6, 4 aufnimmt. Das ist mal so der mittelfristige Weg nach unten. Im kurzfristigen Bereich können wir jetzt auch zwei Dinge sehen. Nummer 1 entweder direkt hier wieder den Weitergang nach unten oder aber, wir sehen genau, wie wir das bei dem letzten Schub nach unten gesehen haben, erst mal so ein bisschen Korrektur wieder rumgetingelt in diesen leicht hellgrünen Bereichen um die 1, 12, 5, 7, 9, um danach den richtigen nächsten Schub nach unten zu bekommen. Wenn wir etwas weiter nach oben laufen, haben wir hier erst einmal den Bereich von 1, 13, 2, 0, 1 beziehungsweise dann etwas oben drüber hier noch ein Tagesuch bei 1, 13, 6, 7, 6. Aber bis dahin ist viel, viel Zeit. Das heißt, wir müssen jetzt erst einmal schauen, was passiert. Kurzfristig könnte der Markt nach oben laufen. Er hat ja hier heute auch schon ein kleines bisschen angefangen. Wir gucken uns das Ganze auch mal kurz im Stundentrend an. Wir sehen diese starke Abwärtsdynamik hier, Korrektur hier wieder die Dynamik. Jetzt fängt der Markt so langsam an, sich hochzutasteln. Ist also nur eine leichte Korrektur von dem, was wir hier oben sehen. Wenn sich das Ganze nach oben etwas weiter fortsetzt und hier einen Aufwärtstrand bildet, dann wäre die Möglichkeit gegeben, so wie wir das hier gesehen haben, etwas Gegenbewegung zu sehen. Das wäre dann das Szenario, was wir hier an dieser Stelle in der untergeordneten Zeiteinheit bräuchten, um hier ein Stück weit vielleicht nach oben zu traden im ganz, ganz kurzfristigen Bereich. Aber wir sehen halt im Tagesschat, der Druck kommt eindeutig von oben nach unten. Und aus diesem Grund ist die Wahrscheinlichkeit doch gegeben, dass der schwache Markt hier weiter Schwäche bekommt und nach unten entsprechend auffallen wird. Das mal zu den entsprechenden Handelsideen für den heutigen Tag. Ich schaue gerade mal in den Chat hier hinein. Fragen dazu gibt es nicht. Das heißt, an dieser Stelle würde ich gerne mit dem nächsten Punkt weitermachen. Ich sehe gerade, der Heiko ist auch mit da. Guten Morgen, Heiko, von mir an dich. So, also, was machen wir als nächstes? Wir schauen als nächstes einmal auf die Termine für die kommende Woche. Wir bekommen am Montag, nein, am Dienstag, Montag bekommen wir keine Nachrichten, am Dienstag Informationen um 11 Uhr um den ZEW-Konjunkturindex. Das heißt, wir bekommen hier die ZEW-Konjunkturerwartung aus Deutschland. Um 16 Uhr gibt es nochmal das Thema Jobs in den USA. Da gibt es die JOLZ-Stellenangebote für den Monat Juli. Am Mittwoch gibt es dann aus den USA den Erzeugerpreisindex und am Nachmittag wieder die Rohöl-Lagerbestände. Die haben wir ja diese Woche am Donnerstag bekommen. Dann nächste Woche Donnerstag ist der Tag der EZB. Da gibt es die Zinsentscheidung. Und wir bekommen natürlich auch die Pressekonferenz der EZB hier um 14.30 Uhr dann. Und um 14.30 Uhr aus den USA gibt es dann auch noch den Verbraucherpreisindex. Auch wichtige Informationen hier mit dem Thema, wie schaut denn beispielsweise auch die Inflation in den USA aus. Und am Freitag gibt es dann am Nachmittag aus den USA das Thema Einzelhandelsumsätze. Also auch hier nächste Woche einige Informationen, die das Zeug dazu haben, die Märkte zu bewegen. Hier der kleine Überblick, was man in der Vorwoche planen kann für die nächste Woche. Damit man auch mal schaut, gibt es denn vielleicht eine Einpreisung oder eine Ausbreitung. Das heißt eine Erwartungshaltung auf die entsprechenden Zahlen. Und das kann man durchaus im kurzfristigen Trading mit angehen, wenn man es vorher hat. Und für alles andere, wo noch keine Positionen offen sind, dass man dann auch weiß, okay, dann kommt diese Information heraus, dass man da nicht auf dem falschen Fuß erwischt wird. Das also einmal zu den wichtigen Terminen der kommenden Woche. Und damit geht es dann gleich mal in die Charts wieder hinein. Das heißt hier schauen wir uns jetzt mal die großen Indizes auch an. Und ich würde sagen, wir starten hier einfach mal mit dem deutschen Markt. Das heißt hier den DAX an dieser Stelle ins Bild hinein. Geholt im DAX. Jetzt mache ich das mal ganz kurz etwas kleiner. Wir hatten ja die letzten Tage auch schon das ein oder andere Mal den DAX hier mit angekratzt. So ein bisschen geguckt, was denn hier interessant sein könnte, wie die Levels sind. Jetzt habe ich für Sie hier mal ein Bild aufgezeigt, wo man sagen kann, so jetzt sehen wir hier mal eine ganze Menge Chart-Historie. Und wir schauen einfach mal, was das große Bild uns sagt. Lassen Sie das einfach mal so ein bisschen auf sich wirken. Wir haben jetzt hier eine Situation im Markt. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich hier noch ein paar andere Zeichenwerkzeuge finde. Wo wir hier in diesem Bereich, na gut, ich mache es dann hier. Wir haben hier in diesem Moment, was wir hier in diesem Markt sehen, sozusagen eine Situation, wo wir eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation sehen können. Also eine Schulter, zweite Schulter, erste Schulter, dann der Kopf und dann hier der zweite Schulter-Bereich an dieser Stelle. Und wir haben hier unten diese Linie, was man so als Nackenlinie in diesem Bereich auch bezeichnet, hier um die Marke von ungefähr 11.800 Punkten. So, das ist mal so dieser große Bereich. Das heißt hier, das ist der Markt oder das ist der Bereich, wo wir ohne weiteres jetzt auch hinlaufen können. Und da entscheidet sich dann entsprechend, was hier gemacht wird. Das heißt, diese Marke ist sehr, sehr wichtig. Und das wegen ihrer Wichtigkeit, diese 12.800. Die Gründe der Bedeutung spielen eigentlich keine große Rolle. Aber wir wissen, wir haben hier eine wichtige Marke. Die 12.000er-Linie, die war betrachtet, aber wir haben es ja gesehen, der ging da durch wie geschnitten, einfach ein Rutsch und weg war es gewesen hier. Da hat der Markt nicht großartig drum gekämpft, zumindest bis jetzt nicht. Die andere Linie, die 11.800, die hat schon eine gewisse Relevanz, auch eine gewisse charttechnische, sehr, sehr hohe Relevanz. Und deshalb schauen viele, viele Händler auch auf diese Marke. Ich nehme an, die Algos haben diese Marke auch sehr, sehr stark mit im Petto, mit auf der Uhr. Aus diesem Grund ist es wichtig, was denn hier passiert. Wir sehen auch hier diese untere Linie, das ist mal so eine ganz, ganz langfristige Aufwärtstrendlinie hier. Wenn wir mal sehen, seit Januar 2016 haben wir hier schön diesen Bereich gehabt, wo der Markt einfach immer über dieser Linie geblieben ist. Jetzt sind wir hier drunter gefallen. Also wir sehen hier mittlerweile die Situation, dass wir definitiv schwach sind, extrem schwach momentan. Und hier kommt es jetzt darauf an, was an dieser Stelle passiert. Das heißt, läuft der Markt deutlich unter dieser Linie drunter, können wir weiteren Abwärtsdruck bekommen. Das entscheidet sich also, nehme ich mal an, in den nächsten Tagen, was hier an dieser Stelle passiert. Der Markt ist weiterhin abwärts gerichtet. Der Markt steht mittlerweile weit in seiner Bewegung. Also egal, ob man diesen blauen Trend hier weiter nach unten zeichnet oder ob man diesen untergeordneten Trend weiter nach unten zeichnet. Das heißt, er könnte kurzfristig reif für eine Korrektur sein. Aber alles in allem ist es so, dass der Markt momentan nach unten gerichtet ist. Er nimmt die ganzen negativen Nachrichten auch mit auf. Da hatte ich ja diese Woche auch schon einiges dazu erzählt. Das Thema Handelsstreit, Türkei, Italien, Brexit. Das sind alles Sachen, die schwirren hier bei uns in Europa so rum. Und die belasten natürlich die Märkte extrem. Und das ist genau das Bild, was der DAX hier an dieser Stelle spielt. Der Eurostox 50 ganz genauso. Und aus diesem Grund hier der Druck nach unten. Wenn man long geht an dieser Stelle, dann sind das kurzfristige Gegenreaktionen. Wir sehen das halt. Wir sind jetzt hier nicht in der Situation, dass die Tiefenkurse zum Kauf genutzt werden. Sondern wir sehen jetzt hier wirklich den starken Überhang auf der Verkäuferseite, was die Märkte nach unten bringt. Und dieses Bild spricht in meinen Augen wirklich Bände. Und diese 12.000, 11.800 Punkte Marken ist extrem wichtig. Ich denke mal, das wird darüber entscheiden, ob wir hier eine sehr, sehr schöne Rallye bekommen können dann am Jahresende. Oder ob der Markt sozusagen weiter erst einmal tiefer nach unten geht. Und wir wirklich in eher den Bärenmarkt mit einsteigen. Das heißt, hier in diesem Jahr war ja wirklich nicht viel zu holen. Wir tingeln hier seit Jahresanfang immer weiter rechts und links. Die Spanne wird immer größer, immer kleiner hier an dieser Stelle. Und da wird es irgendwann jetzt eine Entscheidung geben. Entweder der Markt dreht wieder schön nach oben oder wir bekommen hier einen Bärenmarkt. Das wissen wir alles nicht. Deswegen müssen wir die Chartanalyse anschauen. Aber Sie sehen es. Meine Meinung ist auch die. Das ist meine persönliche Meinung. Der Druck ist nach unten. Und ich denke, der Markt wird sich jetzt hier an dieser 11.800 Punkte Marke entscheiden, wie es denn dann weitergeht. Im kurzfristigen Bereich der September ist dafür bekannt, dass er auch mal den einen oder anderen Crash hervorrufen kann. Und dann geht es halt darum, wie geht es weiter. Hat das Ganze auch, was wir jetzt hier in Europa sehen, wirklich langfristige wirtschaftliche Auswirkungen? Dann könnte es sein, dass wir einen Bärenmarkt bekommen. Hat das Ganze allerdings nicht diese brutalen langfristigen Auswirkungen, die jetzt hier teilweise auch gespielt werden. Dann sieht die Sache anders aus. Dann könnten wir auch eine schöne Jahresende-Rallye bekommen, weil die wirtschaftlichen Rahmendaten in Europa sind weiterhin noch gut. Und wenn diese Störfeuer weg sind oder man merkt, das hat doch nicht diese massiven Auswirkungen, dann könnte das positiv sein. Also positive Signale könnten hier beispielsweise sein, dass es gute Nachrichten aus dem Thema Brexit gibt oder dass es gute Nachrichten mit dem Thema Handelsstreit gibt. Das mal an dieser Stelle für den deutschen Leitindex an dieser Stelle. Also das passt alles. Fein. Das zum Thema der DAX-Analyse. Ali, ich denke, das hat auch Ihren Geschmack getroffen. Ich sehe es schon. Danke für das Lob. Wenn jemand Fragen dazu hat oder es anders sieht, man kann das gerne miteinander hier auch diskutieren. Das ist der Blick, den ich persönlich habe. Das ist meine persönliche Meinung. Und das ist das, was ich Ihnen hier gerne auch erzähle. So und dann schauen wir einfach mal vom deutschen Markt in den US-Markt hinein. Das heißt, wir gucken uns mal die großen Indizes an. Da hatte ich ja auch schon ein bisschen was gesagt, wo ich gesagt habe, Mensch, bei den US-Werten, die laufen einfach wie am Schnürchen hier nach oben. Und das sehen wir hier, wenn wir uns mal den Wochenchart anmachen im S&P 500 auch sehr schön. Wir sehen es hier. Moment, ich will den S&P 500. Der ist hier den gesamten Sommer über auch nach oben angestiegen. Das hatte ich ja schon gesagt. Das heißt, an den US-Märkten überall auf der Welt gab es eine Korrektur. Da sind die Märkte abwärtsgerichtet. Die US-Märkte sind halt brutal stark. Und jetzt ist es wirklich an der Zeit, dass ich irgendwo was finde. Das heißt, entweder wir bekommen jetzt mal eine ordentliche Korrektur, die uns dann in die Lage versetzt, aus dieser Korrektur heraus eine Jahresendrallye zu haben oder die Korrektur bleibt aus. Der Markt läuft einfach bis nach oben, bis er dann so weit überverkauft ist, dass er dann nur noch drehen kann. Und wird, wie auch immer, die Schere zwischen dem Rest der Welt ist einfach so brutal groß. Und dann gibt es halt keine Jahresendrallye. Dann könnte es blöderweise eine Rallye nach unten geben. Also das heißt, nichts nach oben, sondern eher nach unten. Ich meine, das kann uns Tradern ja auch relativ wurscht sein. Hauptsache, es kommt Bewegung rum. So dieses Tingeltangel ist immer ein bisschen doof. Aber die Schere ist halt brutal groß. Und jetzt haben wir hier auf der Wochensicht mal hier diesen Ausbruch nach oben gehabt. Und wir sehen aber eins. Und das ist jetzt interessant. Das ist ein etwas anderes Verhalten, als wir das sonst gehabt haben. Wenn wir das mal gesehen haben, als wir sonst auf die Hochs gegangen sind. Schauen Sie mal hier. Hier hatten wir die Situation. Das war in 2017. Da gab es ein Hoch und danach gab es wirklich sehr, sehr starke Käufe nach oben. So, dann ging das Ganze runter. Brutal, das war der Einbruch am Anfang des Jahres. Das haben wir ja gesehen. Aber hier haben wir dann gesehen, untergeordnet. Immer wenn es wieder nach oben ging, dann kamen nicht zwangsläufig brutale Abverkäufe oder massive Abverkäufe. Hier, schauen Sie mal. Das war dieser wichtige Punkt hier oben. Diese Marke um den Bereich, den wir hier hatten von 2800 Punkten. Der wurde überwunden. Und danach ging es schön stetig nach oben. Also der wurde nicht gleich wieder direkt abverkauft. Hier haben wir jetzt die Situation, dass die Zuwächse hier auf dieses neue All-Time-High, was wir gehabt haben, direkt erst einmal in der Folgewoche wieder abverkauft wurden. Und das ist jetzt etwas anderes Verhalten. Und da kommt es jetzt aus meinen Augen heraus, aus meiner Erfahrung heraus darauf an, wie sich die Marktteilnehmer verhalten. Wir hatten in den letzten Wochen immer wieder so die Situation, dass diese Dip-Käufe am Werk waren. Das heißt, immer dann, wenn die Kurse nach unten gefallen sind, dass der Markt auch wieder nach oben gelaufen ist. Das sieht man dann entsprechend auch in den Tageskerzen sehr schön. Schauen Sie sich das mal an. Hier, Dip nach unten, Wusch nach oben. Hier ging es nach unten, wieder nach oben. Hier ging es nach unten, wieder nach oben. Hier ging es nach unten, wieder nach oben. Also das heißt, das haben wir immer gesehen. Auch hier, dass dieses Verhalten, das gab es immer wieder, dass der Markt dann immer wieder von unten gekauft hat und den Markt nach oben getrieben hat, Stück für Stück. Und jetzt haben wir hier mal die Situation, dass wir tatsächlich immer wieder nach unten fallen. Wir haben zwar hier auch noch diese Käufer von unten nach oben, die Intraday mal reingreifen, aber wir sehen, dass jetzt hier mal seit drei Handelstagen haben wir den Markt nach unten bewegen. Das heißt, das ist mal ein Bereich, wo wir hier ein Stück weit Korrektur auch sehen. Und jetzt kommt es in diesem Index für mich aus meinen Augen darauf an, was passiert hier um diesen Bereich. Also dieser Bereich dieses Ausbruchs hier an dieser Stelle, der ist interessant. Warum ist der interessant? Weil sich das hier entscheidet. Was wir in diesen normalen Trendsachen immer wieder sehen, ist, dass wir einen Rücklauf an einen bestimmten Ausbruchslevel bekommen. Gerade wenn wir so eine hohen, übergeordneten, hohen Bewegung gesehen haben, dann ist es schon interessant, was passiert hier. Also das heißt, hier diese Marke in diesem Bereich von, wo war der Ausbruch hier, ich gucke mal nach, bei 2800 und ein paar 160 Punkte, da kam der Schub nach oben, da wird es jetzt interessant, was der Markt macht. Das heißt, sehen wir hier einfach aus einer Korrektur bis zum Ausbruchlevel wieder den Markt nach oben laufen, dann wäre das jetzt hier erst einmal eine Korrektur und eine ganz klassische Fortsetzung dieser ganzen Geschichte hier. Das heißt, das wäre für mich jetzt noch nicht, wo man sagt, das ist jetzt mal eine ordentliche Korrektur, das wäre einfach nur eine Fortsetzung dieses Trends und das wäre dann hier, was wir auf der Woche gesehen haben, einfach eine Fortsetzung aus dieser Fahnenstange auch nach oben. Das hier wäre mal eine Korrektur, was wir hier sehen. So etwas würde ich mir hier oben wünschen, das würde in meinen Augen auch den Boden, den Nährboden für eine gute Herbstrelle mitbieten. Also das sind jetzt die Sachen, die wir hier haben. Das heißt, wir haben auf der einen Seite das Potenzial, nach oben zu laufen, einfach so nach oben, dann würde sich erst mal nichts ändern, aber das würde natürlich die Gefahr mit sich bringen, dass wir doch diese Fahnenstange weiterlaufen haben und irgendwann wirklich keine Käufer mehr da sind. Dann gibt es den Ruck nach unten und das könnte dann doch brutal nach unten gehen. Und das wäre ein Bild, was hier immer auf uns wartet. Das heißt, das müssen wir dort mit auf der Uhr haben. Auf der anderen Seite bekommen wir eine schönere Korrektur nach unten. Dann können wir das Ganze aus der tieferen Korrektur vielleicht auch in eine schöne Herbstrallye mit hineintraden. Und das ist das, was wir hier sehen. Das hat jetzt mal die Analyse des großen Bildes hier entsprechend auch ergeben. Ich mache das mal noch etwas klein, dass wir etwas mehr Historie entsprechend sehen. Das heißt, wir sind hier in einem interessanten Bereich, wo der Markt auch in den USA so ein bisschen Entscheidungen finden wird. Gibt es so ein bisschen Paradigmenwechsel, sehen wir mal tiefere Korrekturen oder läuft alles weiter wie bisher und den Markt schiebt es einfach nur nach oben. Das wird sich jetzt entscheiden. Also das mal im großen Bild. Für das kurzfristige Trading hat das jetzt nicht ganz so die großen Aussagekräfte, weil wir haben genug Potenzial im Markt liegen. Sehen Sie, wenn wir nach oben gehen, haben wir hier ein paar Tageshochs liegen. Wir haben hier das aktuelle Trend hoch. Das ist dann interessant zu sehen. Wir haben, wenn es nach unten geht, diesen Markt hier an dieser Stelle mit der Unterstützung. Wir haben dann unter der Unterstützung auch schöne Tagestiefs liegen, wo man ranlaufen kann, das Stück für Stück nach unten. Also all das ist hier entsprechend da. Wir haben für diejenigen, die sich gerne auch mit den gleitenden Durchschnitten miteinander beschäftigen, haben wir die Situation, wenn wir mal beispielsweise den gleitenden Durchschnitten der letzten 50 Tage hier mit in den Markt hineinnehmen. Zack, ich lege den einfach mal mit rein. Hier sehen wir, da gab es immer mal auch Bewegung. Wir haben bis zum 50er auch noch einiges an Platz. Wir haben noch viel Platz entsprechend hier bis zum Korrektortief, dieser letzten Korrektur, die wir gehabt haben. Also Potenzial für eine gesunde Korrektur ist genügend vorhanden. Jetzt liegt es am Markt, was er macht. Läuft die Korrektur tiefer, haben wir kurzfristig genügend Potenzial, um das kurzfristig zu traden. Nach unten hin läuft der Markt wieder nach oben, wie schon gesagt, da gibt es genug auf der Oberseite zu sehen. Und deswegen schauen wir jetzt auf der Oberseite und auf der Unterseite mal in den technologielastigen Index hinein. Und da, meine lieben Zuschauer, da sehen wir momentan, was echt schick ist. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das ist etwas, da habe ich schon eine ganze Weile drauf gewartet. Das ist das, was wir hier sehen. Wirklich endlich mal ein Stück weit tiefergreifende Korrektur. Wir haben das hier auch gesehen in diesem Markt. Hier gab es auch schon mal sowas und das hat dann den Boden bereitet für die schönen Kursanstiege hier. Wir sind ja aus dem Tief bei 6.900, was war das hier unten, ein paar, eine 50, bis auf 7.700 Punkte gelaufen. Das war richtig, richtig schön mit anzuschauen. Also das ist eine feine Geschichte, die wir hier sehen. Und wenn wir uns den ganzen Chart mal in der Woche auch anschauen. Wir haben jetzt hier wirklich auch diese starke Fahnenstange nach oben gehabt hier in der Woche. Das sieht man sehr, sehr schön im Chart. Und hier kommt es jetzt halt auch drauf an, was passiert. Wir sehen mal eine richtige, ordentliche Abverkaufswoche und das kann uns wirklich schon dahin führen, dass wir den Markt nach unten korrigieren. Korrekturpotenzial haben wir auch eine Weile noch nach unten vorhanden. Schauen Sie mal auf der einen Seite hier. Dieser große Ausbruchsbereich um die Marke von 7.100 Punkten hier in diesem Bereich, der wäre erst mal da, wo der Markt ohne weiteres erst mal noch weiter nach unten korrigieren könnte. Und dann hat er natürlich auch noch ein bisschen weiter Luft nach unten, ohne diesen massiven, großen Aufwärtstrend kaputt zu machen. Läuft das Ganze dann hier rein. Der Bewegungstrend, den haben wir hier, schön mit am Laufen. Da ist das Tief hier auch in diesem Bereich um die 7.100 Punkte Marke hier. Das ist also ein Bereich, der ist interessant. Es ist wirklich spannend zu sehen, wie die Märkte sich jetzt hier ins Wochenende verabschieden. Gibt es hier wieder die Situation, dass wir einfach den Schub nach oben wieder sehen, nach diesem kurzen, knackigen Abverkauf gleich wieder in die Long-Richtung gehen. Oder aber, ob wir doch etwas tiefere Korrektur sehen, hier die 50er-Tagelinie auch mal berühren und dann dort wegdippen. Das wird sich zeigen hier. Schauen Sie mal, hier ist der letzte Schub entsprechend auch da. Die letzte Bewegung, die ist jetzt schon tief korrigiert. Also hier unten, das wird spannend, was um diesen Bereich zum einen um die Marke hier unten von diesem Tief bei knapp 7.300 Punkten, beziehungsweise hier, was im Bereich des 50er-Durchschnitts passiert. Das ist sehr, sehr spannend und das sollten wir als Anleger ganz genau auf der Watchlist haben, um hier entsprechend an den richtigen Stellen auch aktiv werden zu können. Damit haben wir mal die wichtigsten weltweiten Indizes uns auch angeschaut. Ich blicke gerade mal in den Chat hinein. Da gibt es jetzt keine Information, wenn das jemand noch einen anderen Index mit auf der Uhr haben möchte. Das heißt, an dieser Stelle würde ich dann in den edukativen Bereich hinein wechseln und mit Ihnen gemeinsam mal über das Thema Angst als, sage ich mal, Falle für gute Gewinnmitnahmen zu besprechen. Ich mache mal kurz den Ton aus, beziehungsweise den Ton muss ich ja nicht ausmachen, aber ich mache mal kurz die Aufnahme aus, weil ich gehe dann direkt in den zweiten Teil hinein. Den nehme ich für Sie separat auf, damit Sie hier an dieser Stelle auch immer den Blick haben. Sie können sich zum einen die normale Aufzeichnung der Handelsbesprechung anschauen, der Handelsidee mit dem Wochenausblick und den edukativen Part. Den trenne ich hier, damit Sie den an zweiter Stelle auch generell getrennt voneinander mit anschauen können.